Kenn ich gar nicht. So, ähm, wir machen heute unsere Saisonkiste auf. Live im Stream, wir wurden 5148. Der Welt? Ich glaube. Naja, Top 10.000 der Welt schon mal geschafft. Ich hatte gar keinen Bock zu pushen, hab mich aber gestern Abend trotzdem noch offline, also offstream, hingesetzt und abgepusht. Ich würde sagen, wir machen die Geschichte auch auf und gönnen uns dazu noch die Magietruhe. Der Clan ist schon offen Moda Pro für Bracket. Heute gibt es wieder Bracket, kommt dann nochmal ein extra Video, Leute. Ich würde sagen, auf geht's. Schauen wir mal. Gold, okay. Ja, ist eigentlich egal, bringt beides Gold. Wählen wir mal. Bringt auch beides Gold, 90 plus. Bringt auch beides Gold, 465 plus. LUL! Okay, wir haben auf jeden Fall eine Legi am Stissel. Das ist schon mal cool, ist auch egal, bringt Gold plus. Und dann schauen wir hier mal rein. Boah! Ha, 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 ha. Das ist doch mal geil. Wenn wir sagen, da nehmen wir auf jeden Fall die Mega Knight Prinzessin, spiele ich nicht. Weil ich auch kein Lockbaits oder so überhaupt nicht meinst, Leute. Ich spiele, wenn dann Decks, wo du den Gegner zerstörst und wo du nicht mal einen Lock rüberschmeißt und mal 100 Schaden machst. Äh, einen Koboldpass. So, geil. Kanonenkarre, geile Karte, Prinz spiele ich eigentlich auch nie. Oh, der Hund sitzt schon neben mir, also auch ein Babyshop. Ähm, nehmen wir Kanonenkarre. Ähm, machen jetzt noch die Magietruhe auf, aber vorher zweimal gratis. Nice, getwreckt. Viel Glück. Ja, Jean-Limorte. Das ist schon bitter, ne? Man kann einfach nichts machen mit dem Gold, ne? Wie kann man beim Bracket mitmachen? Ausrufzeichen Quali bei mir in den Chat, dann geht das. Eine epische, ey. Schau mal, sehr gut. Goldene geht auch noch auf. Und jetzt die epische. Äh, die magische. Morgen ist wieder Qualifikation, also jeden Dienstag und jeden Donnerstag ist Qualifikation für den Montag. Ähm, ja. Keine Legi, schade. Bei vier war Wächter belastend. Hat sich nicht gelohnt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Schaut im Livestream vorbei. Daumen nach oben nicht vergessen. Und ein Abo, Alter, wegen den 10K. Komm, macht mal kein Auge, haut rein und ciao.